Guten Morgen, Namaste. Ich möchte dich fragen, ob heute an diesem Tag wieder so ein Tag ist, wo du aufstehst, kurz an deinen Traum denkst, an deine Bestimmung und dann resignierst und zur Arbeit gehst. Zu einer Arbeit, die dir keinen Spaß macht. Zu einer Arbeit, die nicht deine ist. Ich möchte, dass du weißt, dass es einen Weg gibt, dass deine Ängste und deine Verletzungen, vor allem aus der Kindheit, zu deinen besten Verbündeten werden können, dass du mit Mut und Freude deine Berufung leben kannst. Wir brauchen erfüllte Menschen, wir brauchen kreative Menschen, ermächtigte Menschen, selbstbestimmte Menschen für eine bessere Welt. Ich kann dir eine Hilfe sein. Ich kann Hilfe zur Selbsthilfe geben. Eigentlich weißt du ganz genau, was du willst, wofür dein Herz schlägt, was dein Traum von Berufung ist. Ich bitte dich, in diesem ganz kurzen Live-Video, gib ihn nicht auf. Manifestiere. Und wenn du das noch nicht richtig kannst, dann kann ich dir da auch helfen, zu manifestieren. Ich selbst habe über Jahre hinweg die schönsten Sinkreise, die größten Konzerte, die schönsten Lichtinstallationen realisiert. Es gibt immer einen Weg. Das Wichtige ist, dass du dich täglich darauf ausrichtest. Okay? Also, wenn du ähnliche Impulse hast und ihnen aber nicht genügend Raum gibst und Hilfe brauchst, so lass es mich wissen. Schreib mich an. Wir können jederzeit, schenke ich dir eine Stunde, wir können eine Durchbruchssession machen, ein Erstgespräch. Ich kann dir erklären und erzählen, was ich dir anbieten kann. Du kannst mir erzählen, wo du festhängst, wo du steckst. Du kannst mir von deinem Traum erzählen. Gib dich nicht auf. Okay? Und jetzt, ganz kurz, in diesem Live-Video, eine kleine Meditation. Schließe deine Augen und atme. Atme die Kraft der Erde zu deinem Herzen hinauf. Mit jedem Ausatmen dehne dein Herz-Energie-Feld aus. Um dein Herz herum, ein Energieball, ein Vortex, ein Torus. Und jetzt atme den Himmel ein. Alle Visionen, alle Ideen. Und schick es in dein Herz beim Ausatmen. Himmel und Erde fließen jetzt in dein Herz. Und nun, ganz bewusst, vielleicht mit einer kleinen Bewegung, senke deine Schutzschilde. Geh auf Empfang. Geh auf Empfang, damit du die neuen Impulse und die Visionen empfangen kannst, die nächsten Schritte siehst. Nun, stell dir vor, du formst vor dir eine Energiekugel. Und in diese Kugel steckst du nun all diese Impulse, all die Visionen aus deiner Kindheit, aus deinem jetzigen Leben, all das, dem du nicht so viel Raum gibst. Dein Traum, ein erfolgreicher Künstler zu sein, ein Musiker zu sein, ein Schriftsteller zu sein, ein Tänzer zu sein. Ausreichend finanziell abgesichert zu sein, mit deinem Herzensberuf. Na, und steckst in diese Kugel und lass diese Kugel nun auch fliegen, ausgedehnt ins ganze Universum, verbunden mit Himmel und Erde. Und bitte darum, das Universum, dir heute zu zeigen, was es braucht, um diese Visionen, um diese Träume zu realisieren. Vielen, vielen Dank. Das kannst du jeden Tag machen. Und ich bitte dich, gib dich nicht auf. Ich glaube an dich und ich weiß, dass es Wege gibt, dich gut zu begleiten. Ja? Ich teile jetzt danach den kurzen Live-Video noch den Link, wo du Termine buchen kannst mit mir. Ganz unverbindlich und kostenlos können wir uns kennenlernen und schauen, ob wir zusammenpassen. Schauen wir uns deine Probleme an, wo du gerade hängst und wir skizzieren deinen Himmel. Es gibt einen Weg in den Himmel. Danke. Danke.